mit mir und meinem Team heute Abend. Es sind eine ganze Menge Leute da und wir haben eine ganze Menge in Planung. Also, bis gleich. Hallo! Ihr seid die ganze Zeit am Quatschen, weißt du, während meines Intros. Ja, Mann. Epic Fail! Epic Fail! Ich hab noch einen Pilz da. Aber das ist Drag, das ist normal. Also, den kennen wir nicht anders, der kann nur Quatsch. Okay. So, hört man uns? Versteht man uns? Ist alles schick? Juppie! Nee. So, klack! Und klack. Hallo zu Lolloyda. Lolloyda? Hallo alle! Moin moin. Ja, auch ein Rollbrio von mir. Let's desktop. Ja, epischer Let's desktop. Ich muss dir irgendwann auch mal den Otter unterschieben. Den Otter gibt's bei mir nicht. Der Otter ist bei dir. Der Pausenotter. Ich hab auch Gefühle. Sei nicht so gemein zu ihm. Der Pausenotter ist wichtig. Nein, wir müssen den Schlumpf unterschieben. So! Das hab ich ja doch schon bei dir geschafft. Das reicht doch erstmal. Äh, jetzt muss ich erstmal... Ups! Nee. Nee, da ist auch keiner. So! Der Otter ist böse, genau. Was? Der Otter ist böse? Nein, der Otter ist voll üblich. Nein, der Otter ist total böse. Der Otter ist... Otter of Doom. ...richtig übel. Das ist so der richtig üble fiese Otter. Evil Chicken ist out. Jetzt haben wir das. Den Evil Otter haben wir jetzt. Ähm... Du bist angeblich zu laut. Und du sollst bitte ein Let's Play zu SimCity machen. Äh, echt jetzt? Ja. Der Otter ist auch da. Ich bin auch da. Hier, hallo. Kuckuck. Also eigentlich sind so ziemlich alle da. Hoff ich zumindest. Ähm, bin ich jetzt an... Halbwegs von der Lautstärke her okay? Ja. Bei uns ja. Cool. Ja, 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 ja. Otter. Otter. Otter so laut. Hörst du jetzt einen Pfeifen? Hm. Ich werde mal gesamt meine TS-Lautstärke... Doch, nee, ich muss ja Otter so. Es ist okay, es ist okay. Ja, SimCity ist auf jeden Fall geil. Definitiv. Aber zu SimCity kommen wir heute noch. So, wollen wir jetzt erstmal... Wollen wir anfangen? Na, ich hätte mal gesagt, du mutest uns alle und lässt das Intro nochmal laufen, damit man es komplett ohne Reinsprechen hört. Wollt ihr das doofe Intro nochmal hören? Okay, dann jetzt. Achtung. Ich mute jetzt mal den TS. Und hier ist er wieder. Der epischste. Der beste. Der klügste. Äh... Hast du hier echt nur so ein Mist aufgeschrieben? Ich meine, du hast nicht mal deinen... Lies weiter. Ja, entschuldige bitte. Hallo, kannst du dir das mal bitte angucken? Das kannst du doch nicht... Pass auf, Freund. Was machst du da? Nein. Komm, du bist dran. Ich... Oh Mann, ey. So eine Leute stelle ich nie wieder ein. Also, herzlich willkommen zu meinem Livestream. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit mir und meinem Team heute Abend. Es sind eine ganze Menge Leute da und wir haben eine ganze Menge in Planung. Also, bis gleich. So, jetzt dürfen auch wieder alle reden. Na dann. Oh. Au. Protus hat Kinder, ja. 16 Stück oder so, glaube ich. Jetzt müsste ich jetzt streamen wieder. Ja, so halb. Manchmal kommt es mir das so vor. Ähm. Ja, ja. Stehen einem. So, ja, wir fangen an mit Zocken. Und zwar würde ich sagen, äh... Wir fangen an mit Minecraft. Wer ist denn heute alles wegen dem Server und wegen den Server-Infos hier? Gib doch mal so ein Info-Dings raus. Nur 71 geht ja gar nicht. Und da ich... Ach, na, die... Oh. Und downloadet gar nicht jemand aus den Lauts. Oh Gott, guck dir das mal an hier. Wie viele nur wegen dem Server hier sind. Die können wir gleich kicken. Warte mal, ich drück mal. Aber weißt du, was das Beste ist? Jetzt fragen alle Leute wegen dem Server und spätestens morgen fragt auf der Homepage schon wieder einer, wenn wir sind das Päcke in sich fällig. Ja, na klar. So, der Witz an der Sache ist, wir fangen definitiv nicht mit dem Serverzeug an. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich werde das mal spontan nicht auf Vollbild lassen. Ansonsten gibt es nämlich wieder Stretch. Ich werde das mal ein bisschen kleiner machen. Und werde hier mal... Stretch ist gut. Stretch ist gut. Ich glaube, das war... Ich werde schreit bei Frauen vor allem. Das war... Ah ja, Stretch... Ja, 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 doch. Aber hallo. Aber sowas von... Ähm, Sebi, das nächste Mal isst bitte auf. Wie ist... Was aufessen? Ja, da essen. Ja, was für ein Essen? Hier ist das Wetter schreit, hey. Ja, da fühle ich ja nix. So, und zwar fangen wir heute im LP-Pack an. Ich mache nämlich was im Stream, was ich fürs LP vorgesehen habe. Ich habe ja so eine kleine Ankündigung schon gehabt. Und ich würde sagen... Und es fragt schon wieder, wann ist das Back fertig? Ah! Dazu gibt es später Infos, okay? Töten! Exterminatus! Jetzt geht es ja los. Logging in. Ach, ich liebe Logging-in-Screens. Login failed. Bruh, wie oder? Dadadadadadada. Dadadadada-adadada. Ah, ich kann mal reden. Ich höre, wo schon die hier drauf sind. Brown, Slocent, Floor? Jack, was machst du da? Ich muss mir was cheaten. Hier wird nicht gecheatet. Nur kleiner Chain. Äh, der cheatet? Äh... Fabian. Ausgerechnet, Jack. Versuch einfach mal Browns looped floor Fabian, wie wär's mit waschen? Oh, guck mal, Browns looped floor, sehr schön Message deleted So, ich hab grad irgendwen ankommen hören Und natürlich Lass mich kurz raten, es regnet Toll In welches irgendwas muss ich denn rein? Hier ist ein Haus Ich komm mal runter vom Haus Achso, warte mal Ich komm noch mal zu dir Ich führe dich Hey, ein Imker Wieso sind da keine Namen über den Schildern? Ein Über-Imker In dieses Buch bitte rein, wo ich drüber stehe Ich glaub, das ist das erste Buch links Ihr könnt euch jetzt nicht mal bei Fabian Ich hab den seinen Bein verpasst Das war so'n dummen Kommentar Ah, ist ja fies Die Leute müssen sich doch wieder ein bisschen beruhigen Ah ja, sehr schön Nicht wundern, du landest auf dem Dach Du musst doch erstmal runterspringen Hast du ihm, äh, eine Zeitbahn gegeben, oder? Ja Ich würde sagen, wenn du so'n dummen Spruch anfängst, ne? Der hat doch gleich verloren Der arme Fabian Also das hätt ich ja vorher wissen müssen Bevor er anfängt, uns von seinem Penis zu erzählen Psst, das ist noch nicht nach 23 Uhr Weil du hängst bei mir halt im Boden Wenn du einmal springst, müsstest du eigentlich wieder bei mir Ja, spring doch mal, komm Ich glaub, das ist okay So, ich hab nen Bullen bei mir, oh mein Gott Der Stall ist draußen Du hast doch gar keinen Stall Ja doch, das unüberdachte Ding da So, sind wir jetzt, wollte ich grad sagen, sind wir jetzt alle da? Ja, ja, ich hab schon das halbe Dorf umbaut Ach, der Jack treibt sich jetzt schon wieder rum, oder was? Ähm, also die erste Überraschung Da beschweren sich ja seit Ewigkeiten 1681 Leute drüber Hier ist das Rezept für ein Query Hier ist ein Query So, hier ist noch ne Energiezelle Die, da hab ich mir gecheatet Aber ich schmeiß auch die Erde dafür weg Muss ich mir halt dann, ähm So nen Stack wegschmeißen Ähm, das kann durchaus sein, dass ein Viertel der Zuschauer weg ist Ja, Mann, ich sag mal, warum die Serverinfos erst zu spät kommen Genau So sieht's aus Ja, der Mike möchte gerade mit Sidi wetten Ähm, dass ein Viertel der Zuschauer weg sind Sobald die Serverinfos gesagt wurden Äh, wie viele Leute sind's denn momentan im Stream? Ach, 87 Ist ja nix! Ich gehöre, die Infos gibt's erst, wenn wir die 100 knacken Sonst werden die vorher nicht verraten Ja, ja, ja Sollten vielleicht noch ein paar Leute ihre Freunde fragen Damit hier noch ein paar mehr Leute hinkommen Wer sortiert denn hier meinen Lapis um? Freund! Ich bin schon, ich bin schon bei deinem Dorf Äh, ich mach mir grad vier Fackeln Ich rotze grad aus Wie geht's schlimm? Oh, wir haben die 90 Das klang übrigens grad wie Ich rotze grad aus So ein Spielkind! Ich weiß nicht, ob der Sidi irgendwas hat, was ich gebrauchen kann Ich hab mein Eimer vergessen Ich hab mein Eimerchen vergessen Ich kann nicht schaufeln Ich wollt grad sagen, ich hab Ich nehm jetzt mein Eimer raus Und wir melken mal Bullfarben Moment, ich muss nur das Wasser loswerden Was? Bullfarben? Ja, wenn der hier so ein Mist baut Vielleicht ist er nicht genug gemolken Ich weiß nicht, ob du das sehen willst So Also stecken wir jetzt erstmal Hast du ein leeres Eimerchen oder ein volles Eimerchen für mich? Ich hab ein volles Eimerchen Ja, ich hab ein leeres Eimerchen So Äh, komm mal raus zum Dorf erstmal Äh, wollen wir vielleicht Ich mein, es ist dunkel Ihr könnt Kannst du nicht irgendwie den Regen ausmachen? Oder das funktioniert nicht, oder? Äh, ne, das geht glaub ich hier nicht Äh, wenn du möchtest, geh doch mal nach drin Und vor dem Link Ja, von dem linken Fenster von dieser Seite aus Da sind Edelsteine drin Da kannst du dir Werkzeug basteln Yay! Viel Spaß Ja, jetzt sind wir auf 93 So Ich glaub, das mit den Livestream-Infos heute Das wird ein bisschen knapp Ja, das wird echt knapp Mit den, äh, mit den Server-Infos Ich hab zur Not behalten wir das halt noch Eine Woche oder zwei für uns Ja, ich hab damit auch kein Problem, ehrlich gesagt Ich hab Zeit Also Ja, wir auch Vor allem Wenn wir unser anderes Projekt hatten Haben wir sowieso keine Zeit mehr Äh, in der Truhe rechts oben, äh Zum Bienenhaus hinguckend Das müsstest du aber wissen Du guckst doch auch So Äh, ich baue jetzt erstmal hier oben einen Ring Ringsrum und, ähm Steck mal das Gebiet ab Was ich jetzt mit dem Query abbaue Ich weiß sowieso, dass du deine Freunde holst Die würde gleich helfen Ähm, ja, deshalb bin ich ja hier auf dem Dach So Ja, ich bin jetzt auf dem Dach Ja, Cycraft kommt ins Pack So, und jetzt ruhig Psst Psst Ist ja unglaublich hier Mal diese Fragen Das gibt's ja nicht So Noch zwei weiter Das wird eine äußerst interessante Sache Im Übrigen benutze ich den Query nur aus dem Grund German Gulasch heute da Ich hab aber keine Ahnung German Gulasch Keine Ahnung Wer ist das denn? Wollt ihr denn nicht den Screen? Das war nicht auch Vorpassen Ach ja, letzte Woche waren die doch auch dabei Ja So Ist total die spannende Aktion jetzt hier Ich setz einen Holzrahmen um den Berg Wir müssen nur aufpassen Dass der Query nicht zu weit buddelt, wa? Im Moment gar nicht öffnen Hier so ein Riesenloch brauchen wir ja auch nicht Aber so Na dann kann sie mit dem Ziller nachfügen Oh Gott Hätt ich aber sonst nichts zu tun Sebi, können wir mal was mit Computercraft machen im LP oder und so? Ich kann gerne was mit Computercraft im LP machen Was möchtest du denn gerne mit Computercraft im LP sehen? Im besten 30 Folgen lang, wie du ein Irgendwas programmierst Irgendwas Ein Irgendwas Hauptsache es dauert 30 Folgen Okay Also Coden kann ich, aber Ja, also Dafür brauche ich Porzellan dazu Zum Coden, ja Also ich kann das auch am Computer Ich kann das Tatsache auch am Computer Aber das Problem daran ist einfach Dass das meistens unheimlich langweilig ist Sebi, ich hab die Die Bescheidung getrieben hat Da hinschmissen Das Let's Fly Together Geht dann weiter Und Phil wieder da ist Phil Ist noch nicht wieder da Also geht's nicht weiter Aber da haben wir auch noch eine nette Info nachher für euch Meadows und Dilligan Ja, da gibt's noch eine richtig geile Info nachher Zum Thema Battle Oh, da werden sich viele Leute freuen Aria sagt, er weiß nichts davon Ich bin aufgeregt Der will, glaube ich So, ich hab Werkzeug So, ich setz jetzt gerade mal hier Und ich hab Lex Lex, Lex, Angel hätte gerne einen Frame Quarry Einen Frame Quarry Oh, ich hätte auch den Baum mal jetzt Das, ähm Let's Play Geht doch mal zu Doc Und guckt mal sein Let's Play Genau Der hat den nämlich gerade gebaut Ja, der ist nämlich gerade frisch aufgebaut Der ist die Rastfolge 127 oder so Mit der Beile haben sie zwar genau genommen Schon wieder kaputt verbessert Aber das kriegen wir schon noch hin So, okay Ist das Gebiet okay, Jungs? Seht ihr das? Ich weiß ja nicht, was du da vorhast Naja, der Bereich wird geplättet Auf eine Ebene gebracht Ups Wenn AFK bis Dream fertig ist Ich seh Protos, ich seh Drag Aber ich seh dich nicht Ich glaub irgendjemand updatet da gerade das Team deswegen So Ich bin auch Erde Klickl die Klack So Leute, ihr müsst echt noch ein paar mehr freuen Ja, du hast die Landmarks falsch gemacht Warum? Hier ist ein Zombie Ja, weil, guck dir doch mal Das geht ja von dem an Ja und? Das ist ein Query Das ist ein Query Das ist doch eh nach unten Das ist doch kein Filler Ja, also bei mir ist es das was Standarddesign Was dahin gezeigt wird Hä? Weißt du wie weit das geht? Ja Das geht bis Moment Bis da wo die Fackel saß Bis hier Also bei mir hört das hier auf der Höhe Wo ich gerade stehe auf Hier ist das Ende Ja, ja Verstehst du? Auf der Ecke kann ich mal Relog dich doch mal Ich hole in der Zeit mal ein paar Pipes Weil wir müssen ja auch Irgendwo das ganze Zeug hintun Hol dir ein paar Fässer vor allem Warum Fässer? Ich hab keine Fässer Warum Dinge lagern? Sieben Fässer Wein sollen uns nicht gefährden Nee, du hast noch Barrels Komm noch ein paar deiner Freunde an Wenn da noch ein paar mehr kommen Dann geht das auch Ah, jetzt kommt die Er hat nur Barrels Ja, Barrels sind doch Fässer Ich hab auch keine Barrels Ich hab gar nichts hier So Bist du da hochgekommen? Ich will da auch hoch Ich hab ein Jetpack Und ich hab keins Da möchte ich mal wissen Ob das Flandern-Pack Mit enthalten ist Ähm In dem Server-Pack Also das weiß ich nicht Das hat er nicht gefragt Er hat nur gefragt Ob Flandern-Pack enthalten ist Ja, ja Dazu gibt's irgendwann später mal Wollte ich gerade sagen Dazu wird's noch eine Info geben Hör ich